ja hey leute was geht willkommen zurück bei den apps rc tester und ja ich zeige euch heute meinen cross tiger mit ein paar modifikationen was ich selber dran gebaut habe für mich klinik von klinik herrschung machen erlaubt spieler an jetzt zeige ich ich habe noch ein extra und zum voren sie gehen doch kommt So schaut es innen drin aus. Losen wir jetzt. So. Teaser-Bond. Teaser-Kleber. 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 Hier habe ich meine Box. Teaser-Kleber. 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 Wir verlinken ihn sogar noch. Verlinken ihn sogar noch. Hier sieht man ja. Hier ist der Finger. André. Meine... Seite. Es ist ein bisschen schwer. So. So. Hier meine... Scharf. So. Okay. Und ich... habe 2,2 Volt. Und... vergeht halt... 2,2 Volt rein. Und ist eigentlich... ganz gut. Er hält leider nicht so lange, wie ich mir eigentlich gehofft habe. Aber... ist ja egal. Hauptsache Fun, Spaß oder... Moment. ist ja egal. Ist ja egal. Ist ja egal. Ist ja egal. wie... wenn es 12 Volt wird. Und die weiß ich nicht mehr viel verbraucht. Also braucht der... Bei dem Kino steht zwar nichts da. Aber ich glaube irgendwas mit 6,7 Volt oder was. der Alte, was ich gehabt habe, hat meine... also... mit 3000 Mega Ampere... hat meine ich... ähm... irgendwas... mit 9.000, 8.000... milliampere drum... drauf gehabt. Also... aber ja... ist ja jetzt... egal. Äh... Das Video kommt heute... Also... das ist heute heute für einer... der... 13. März... der... äh... heute ist Sonntag... Ups... Ja... Hat eigentlich schon längst ein Video da sein... Ich... Ja... Ich muss mir überlegen... wie... was ich immer aufnehme... und... wie ich aufnehme... also... Ja... Ja... Ich werde... mehreren... äh... Videos kommen... wahrscheinlich... äh... aus dem Wald... weil ich mehr mit... dieses Auto in den Wald fahren möchte... weil... ja... das ist ein Offroad-Car... also... Offroad... Yeah! Ja... Hm... das kann ich nicht sagen... ja... dieses Auto... nach Anleitung... äh... steht drin... das ist... 40 kmh... ginge in... äh... auf der... gereden... auf der... gerade Strecke... schweres Deutsch... in... gut... mh... ich könnte nicht sagen... ah ja... hier haben wir den serv... servo... cpu... ähm... Dinge tun, äh, App auf dem Computer, aber ja. Hm, vielleicht kommt das Video heute über... Ich weiß ja nicht. Bis zum Fahren werde ich es heute nicht mehr schaffen, weil es zwar kein schönes Wetter hat und es ist zwar nicht nacht, aber es hat einfach kein schönes Wetter. Und wahrscheinlich werde ich mal nachts mit diesem Auto fahren. Aber, ja, dazu werde ich dann noch ein Video dazu machen. Wenn ich ihn nachts fahren würde. Äh, jetzt sage ich mal, äh, schau. Hm, ja, das war's jetzt mit dem Video und ich würde jetzt sagen, ciao mit V.